Der Feind ist dem Feind gelungen, die Fronten-Walter-Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jörg, Krebs oder Bordorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lachen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöne Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur aus den Picken-Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut angetan, von Jahren alle Höroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! могут! Bitte gerne! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in ein Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse Irren Sie sich, der Walt ist Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf Tun Sie, was Sie wollen Die Kugel